Hallo und herzlich willkommen zurück bei With'em, zusammen mit den Herrn Blaze. Hallo. Lasst uns ein wenig Blut spenden. Ich mach jetzt zwischendurch auch nochmal meinen Ort ein bisschen höher wieder voll. Da hab ich ja letztes Mal alles rausgebraucht. Oh, das geht ja relativ schnell. Ich krieg das Ding gar nicht mehr voll. Alleine. Halbes Herz war das jetzt noch. Wie kannst du eigentlich so viel spenden auf einmal, ohne dass du stirbst? Hast du mehr Leben als ich? Nö, wieso? Mein Leben ist so schnell unten. Obwohl ich von Generation 3 hab. Ja, hab ich auch. Mehr hab ich auch nicht. Jetzt komm, haut doch die Dinger durch. Oh, bäh. Das brauch ich nochmal einen Tick. Da war doch noch irgendwas. Äh, genau. Ich sollte halt mal Türen hier reinbauen, sonst kommen gleich irgendwie Viecher rein. Wenn nichts so prickelt. Richtig. Deswegen geh ich jetzt ins Bett. Dü, 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 so. Wir brauchen, das da brauchen wir, ach da brauche ich auch die besseren für. Ach, brauchst du auch welche oder wie? Alles ist gut, alles ist gut, ich hab nichts gesagt. Zwei, drei, vier. Meinst du, wie lange dauert denn das noch? Wie viel hast du da drin, wie viel Blut gerade? 9.000, dann kann ich die Steine nicht abbauen, weil sonst hast du nur 5.000 und dann ist der Rest weg. Dann muss ich hier unten zwei Steine wegnehmen und falle in den Keller. Auch gut. Ja, ja, so ist das halt manchmal. Ich hätte vielleicht nicht gleich 64 reinlegen sollen, sondern erst 32, aber eigentlich ist es im Prinzip egal. Eigentlich ist es im Prinzip egal. Machst mich fertig, Blaze. Ja. Jetzt sehe ich das Rezept nicht. Und da reicht es. Das braucht ja keine, das braucht ja nur noch mal einen Stone. Oh, das ist ja easy. Verdammt, ich hab kein Stone mehr, hast du noch Stone? Soll ich dir den da runter schmeißen? Am besten gerade zu mir hinschmeißen, zwei Stück, weil ich bin schon am Craften. Wenn du grad mal kurz Zeit hättest. Moment. Bist du nur, ich bin dir da runter gefallen. Ich stehe, nee, ich stehe hinten an meinem Crafting-Table. Danke. Die sind fertig, sind die fertig. Nein, echt? Wahnsinn. So, und jetzt brauchen wir nochmal 32. So, ich hab mal zwei Selbstopferungsruhen reingepackt, damit wir mehr Blut rauskriegen, ne? Ja. Nochmal 32. Und dann müssen die nochmal alle rein. Ich weiß. Aber es ist doch schneller gegangen, als ich mir dachte. Aber mit den ganzen Speedrunen ist klar. Ja. Speedrunen sind halt geil. Oh, hör auf zu hüpfen hier. Raza. Der Hüpf-Bug. Ja, ich hasse es. Raza, das flotte Kanikl. Aber trotzdem, wir müssen es schaffen, eventuell die Woche noch unser Schwert fertig zu kriegen. Wir sind zwar dann immer noch nicht wirklich weiter, weil, ne, wir können ja dann erst wieder weitermachen, weil wenn wir diese, äh, Shards bekommen, diese, ich glaub, Blatt-Shards oder so. Ja. Und dann bauen wir uns nen Ghetto-Blaster, äh, ne Blaster-Kennen. Spend mal nicht so viel Blut rein, ich will noch grad zwei Runen austauschen. Wie viel Blut ist grad drin? Neun. Noch zwei Speedrunen. Man gönnt sich ja sonst nix. Ja, du weißt, ja, okay, zu zweit geht's. Um das Ding wieder voll zu kriegen. Ja, jetzt spendet ihr auch ein bisschen mehr, ich hab ja schon zwei gelbe Runen. Selbst, Dings da. Wie lange haben wir drin? Ah, neun. Ach ja. Ist doch schön am Blutaltar zu stehen. Ich hab schon wieder kein Gleeson mehr. Warte, hier. Ich muss unbedingt noch ein bisschen Kabelsturm fahren, ey. Das ist unglaublich, danke. Ist eigentlich mein Baumaterial fürs Haus gewesen. Aber, das ist mir im Moment so egal. Das fahren sie ja schnell wieder. Ich will jetzt hier endlich weiterkommen. Das Problem ist, ne, irgendwer, wenn mich zum Duell herausfordert, ne, ich hab so'n Problem. Pass aber mehr als 10.000 rein? Nein. Achso. Da kann ich ein bisschen was in meinen Orb rein speichern. Wie viel passt in meinen Orb? 42.000? Passt auch noch mehr? Weiß nicht. 52.000, der passt wahrscheinlich nicht rein. Gut, das ist mein Orb auch wieder voll, das ist schon mal gut. Und hier passen, glaube ich, 5.000 rein, ne? Hä, wieso steht denn hier 9.700 drin? 9.77, wie viel ist da drin? Warum passen denn hier schon so viel rein? Weiß ich nicht, vielleicht ist das Übergreifend bis dahin und ich weiß es nicht. Ne, das glaube ich nicht. Jetzt wird es hier weniger, 9.300, wie viel ist bei dir drin? 9.700. Fertig. Meins. Da passen auch 10.000 rein, wieso passen da, achso, da muss man, wieso passt da nur 10.000 rein? Das kann man vergrößern, ich weiß. Ach du Scheiße, das könnte jetzt dauern, ne? Zweite Stufe dauert genau so lange wie die erste Stufe. Ja? Pressen die aber nicht mehr Blut oder so, was ich in Erinnerung hab? Ja, doppelte. Komm doch nicht gegen an. Der nuckelt das raus. Wie viel bist du? Ja, jetzt sind wieder 9.000 drin. Ich hab's nicht mehr mitgemacht. Ach shit. Aber zumindest kann ich heute schon mal das Dings aufstellen und dann darf ich mich sowieso mit einem Bogen hier ans Werk machen, noch die Gast hier zu fangen, äh, zu fangen, genau. Fangen wir uns eine Gast hier? Hm, fang du mal. Da ist er weg. Da ist er abgespielt. Manchmal muss das eben sein. Also wie gesagt, wenn du die Crystals abbauen musst, ne, wegen Tier 4, wie gesagt, die gehen nicht kaputt. Einmal mit einer Spitzhacke fertig. Alles klar. Also ich hab's zwar mit einer Diamond Pickaxe abgebaut, keine Ahnung, ob die anderes brauchen oder nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da, da, da. So, ich hab mal noch 4 Speedtoren drangehangen ja? Heftig, ne? Wie sollen wir das denn? Okay, zu zweit geht's. Ja, ja. Wir müssen aber auch irgendwann fertig werden hiermit. Ja, das stimmt. Was ist denn mit der 9000? Oh, boah, wie viel der jetzt frisst. Guck mal. Der saugt es so da raus, ey. Geht weg wie Suppe. Aber nur so kannst du das machen. Sonst brauchst du ewig. Aber wir können es aber oben halten, das geht zu zweit. Ja, alleine würdest du dich schwer tun, glaube ich. Ja, jetzt, weil so viel Speedrunen, wir sind jetzt dran. 8, 9, 10, 11, 12 Speedrunen. Dann müsstest du mehr Self-Dings da noch machen. Meinst du, das geht? Klar, ich bin da nur zwei Stück dran. Ich kann auch viel mehr dran machen. Ach so, die hier, ja. Weil die Crystals, glaube ich, die bringen nicht mehr wirklich mehr. Wenn ich da jetzt noch zwei hinstellen würde. Nee, hier diese Self-Certified, also Selbstopferungsdinger. Da kannst du dein Ding fast mit verzehnfachen, was du opferst. Wenn du davon genug machst. Okay. Komm, komm, lauf durch, lauf durch. Aber ich habe halt schon wieder keinen Klingstuhl mehr. Ein bisschen was kann ich dir noch geben, zwei Stück. Ja, nee, nee, ist okay. Ein bisschen habe ich noch. Du brauchst nicht so viel Aufwand. Du hast es nach oben. Lieber zu viel, als dass es leer wird. Okay. Komm, mach hin, ne. Alleine kriegst du es nicht hochgehalten. Wir müssen doch die 32 auch noch machen, die nächsten. Das war heftig. Und wenn du willst am Mittwoch dein Ritual bauen, oder was? Ich baue das heute noch. Okay. Es ist ja so, du setzt die Steine und dann brauche ich ja diese komische Wünschelrute, ne, nenne ich es jetzt mal. Nur für die Wünschelrute brauche ich eben die Garst hier. Das schaffst du heute nicht mehr, aber willst du das ja machen? Ne, das nicht. Aber ich kann zumindest heute noch die ganzen Blöcke setzen, so wie sie gehören. Ja. Wenn du die setzt, kann ich ja noch mal in den Nether gehen und versuche, eine Garst hier zu kriegen. Ja, ich sehe jetzt gerade kein Essen mehr, aber ja. Noch ein bisschen was zu Hause. Weißt du, man steht hier rum und tut nix und hat Hunger. Hast du, kriegt man ein Essen? Nope. Habe ich mich drüber geschmissen. Hm. Das ist jetzt der 64er Stapel, der jetzt versucht durchzugehen, ne? Ja. Oh ja. Ich komme gleich wieder. Eine Weile hält das ja da. Sag jetzt nicht, du wirst noch mehr Speedrunen bauen. Nein, 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 nein. Haben wir den blauen Orb schon? Müssten wir eigentlich, ne? Äh. Pff. Aber wir haben auch keinen Impulents Slate und da will ich jetzt auch keines herstellen. Da haben wir keine Zeit für. Ne, ne, Gott, okay. Also wir haben drei Stück jetzt. Irgendein Orbs. Ne, ich dachte gerade, ich könnte den Altar, die Kapazität erhöhen, aber... Oh, komm, die Dinge müssen doch irgendwann fertig werden. Irgendwann schon, ja. Ja, aber irgendwie nicht, dass die die gleiche Zeit brauchen wie die anderen. Ach, die anderen haben auch lange gedauert. Aber ich habe schon gesagt, oder mir gedacht gehabt, ich stelle das Ding demonstrativ in mein Haus. Was denn? Na, das Ritual. Der muss ja auch, wo baut es dir jemanden ab? Ja, das ist ja das Problem, ne? Eben. Ach, ich brauche ja die zwei besseren. Ich bin ja nur gespannt, ne, weil wenn man da das Diamantschwert draufschmeißt, ne? Dann kommen ja Blitze auf Doom. Ich hoffe, die zünden mir das Haus nicht an. Wenn die fertig sind, würde ich mal gerne zwei davon haben wollen. Ich gebe dir noch zwei Blank Slates wieder, damit wir die... Also, beziehungsweise vier brauche ich davon, ne, vier brauche ich davon. Dann müssen wir gleich zwei... Nicht 32, sondern 64, ne, 32, sondern 36 durchjagen. Das wird wohl kaum länger dauern. Bist du was möchtest du denn schon wieder bauen? Ja, nochmal diese Self-Dinger da, dass man da schnell mehr opfern kann. Ich glaube, wir stehen da öfter hier, um machen uns irgendwie sowas. Äh, möglich. Du kannst das alleine nicht hochhalten. Nicht wirklich, nicht anständig. Stell dir vor, du hättest diese Kristalle da links und rechts nicht. Ja. Die waren schon very important. Auf jeden Fall. Boah, die müssen doch jetzt irgendwann durch sein. Also, 64 auf einmal zu machen, ist natürlich schon echt Hammer, ey. Ja, aber ich sehe doch irgendwo nicht ein, jedes Einzelne reinzuklicken, ne. Warte mal, ähm, komm mal her. Was denn? Wird sie von mir? Du hast hingeschmissen. Ach, du hast schon viel davon gehabt, oder was? 16 Stück. Okay. Nein. Ähm, weißt du, wo ich jetzt bin? Nein, wo denn? Am, am, am wirklichen Spawn. Warum? Kann man, dass du mein Zeug nicht so einsammelst. Wie lange brauchst du bis hierhin? Äh, 100 Meter. Okay. Warum hast du, hast du noch nicht in deinem Bett geschlafen, oder was? Doch, aber ich habe das letzte Mal, glaube ich, abgebaut. Und das zählt ja nur, wenn man in der Nacht schläft. Ich habe irgendwas von dir eingesammelt. Ich weiß nicht, dieses blaue Water-Shard ist, glaube ich, von dir. Aber ich weiß, irgendwas ganz voll. Und Opal ist, glaube ich, auch von dir. Und ich habe die leeren Dinge aufgehoben. Leeren Dinge? Ja, die Shards. Ja, genau, Enderman. Greif mich an, töte mich nochmal. Siehst du, dass wieder herkommt, ich kann das Ding nicht hochhalten. Nur wenn mich der Enderman vorher nicht tötet. Oh, sie sind fertig. Nimmst du sie aus? Ja, sofort. Wollen wir nur schnell das anziehen. Ja, sonst, ja. So, das heißt, wie viel muss ich jetzt da... Was geht denn da? Was fliegt da durch den Hopper rein? Ach, das sind drei, die sich von dir ausgefallen sind, oder was? Ja. Ja, weil ich hatte nämlich auch Diamanten und so dabei, ne? Überall ist das Zeug verstreut. Die Abwarten habe ich von dir nicht. Hier müssen wir die Fackeln da rausnehmen. Ich weiß nicht, was aus dem Fackeln in dem Gutalter wird. Fackeln? Gut, Alter, nimmst du sie mal raus? Ich habe keinen Platz dafür. So, jetzt müssen die eigentlich da automatisch reinkommen, ne? Das ist überhaupt kein Buch mehr drin. Das hat sich gerade alles rausgefressen. Gucken wir mal. Gags. Baufel. Dagger. Ich mache auf jeden Fall, das ist von dir, das ist von dir, das ist von dir. Pilz hatte ich zwar... Hier ein Pilz, der müsste auch von dir gewesen sein. Du musst spenden, sonst wären wir nicht fertig. Spend mal Blut. Ich muss jetzt erst mal was essen, um mich... Bisschen hier... Bevor ich jetzt irgendwas klappen kann, müssen wir ihn erstmal wieder auf 9000 bringen, oder sonst? Bleib da zu schnell leer. Zwischendurch muss ich nochmal hier den rausnehmen. So, zack. Hast du diese Spenderei? Ist das schon wieder drin? Ah, 8000, okay. Das ging ja schnell. So. Gut, gut, gut. Ich glaube, ich habe hier schon wieder dieses... Ich will es gar nicht wissen. So, die brauchen wir, da will ich... Okay, da brauche ich... Da will ich, da brauche ich, da muss ich. 1, 2, 3, 4, genau. Wie sieht das aus? Warum weißt du das? Okay, dann brauche ich 2 hier, 2 da. 2 hier, 2 da. 2 hier, 2 da. 2 hier, 2 da. Hier hin. Zack, okay. Ich eile! Okay. So, jetzt kriegst du noch mehr beim Spenden rauskriegen. Schmeißt du das im stetigen Rhythmus, oder was? Ja, sonst schlafe ich hier noch ein. Also, wenn du so spendest, bist du schneller, als das Ding jetzt verbraucht. Ja, kannst du alleine oben halten jetzt. Juhu! Ja, das ist in sofern gut, dass ich dann hier schon mal noch ein paar normale Slates wiederherstellen kann. Wo mein ganzes Zeug dann hier rein spenden kann. Ach, ich wollte unbedingt was machen, eigentlich diese Folge. Oh, 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 geht's aber schnell. Wie heißt der nochmal? Ich weiß es nicht. Da ist er doch. Den wollte ich unbedingt haben. Brauche ich eine Blattschwune für? Müste ich eigentlich haben. Okay, eine Blattschwune habe ich. Blattschwune da. Perfekt. So, dann haben wir den auch schon mal. Hast du schon von irgendeinem Mocken Kopf? Nee, ne? Glaub nicht. Nicht, dass ich wüsste. Auch noch keines, ja. Das ist echt witzlos. Wir haben hier gar nichts, wenn man es mal so sieht. Ich habe echt noch keinen Kopf. Schon ein bisschen traurig. Wie weit sind wir denn? Wie weit sind wir denn? Zeitlich. 18, 18, 18. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Zeug, wenn das nicht fertig wird? Dann bist du drin. Das ist ja noch felskriegen, wer weiß. Ja, wer weiß, wer weiß, ob die bis dahin fertig werden. Wir brauchen mehr Speedruhen. Das bringt auch nicht, nicht, nicht wirklich, weil wir können es ja hochhalten, ne? Solange wir es hochhalten können, können wir auch noch mehr Speedruhen machen. Komm, werd fertig. Wieso habe ich noch keinen Kopf von irgendwas? Ich muss jetzt einfach mal die Kisten gucken, eben schnell. Kein Kopf. die köpfe droppen einfach irgendwie so oder muss man dafür spezielles schwert haben da fragst du mich was ich weiß manchmal stelle ich so doofe fragen das gerade mir wo ich so viel ahnung habe ja ja dachte ich eigentlich fertig fertig ach dann hast du eh mein koppelstone bekommen das passt also mein stone dein stone habe ich ja ja genau so ähm den hab ich auch nicht wieder gegeben dieser enderman der der nervt mich so dermaße könnte mal zum zon bietet was denn hau dir ins gesicht na wasser schön ja oder 40 leben und ich habe kein schwert ich glaube die blöcke werde ich heute nicht mehr kraften können denke es wird gleich vorbei sein oh wir sind schon wieder drüber dann bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal tschüss